Hallo Freunde, willkommen zu den Elite News. Diese Woche mit einer traurigen Ankündigung, verbessertem Kampfverhalten und optischen Aufwertungen. Viel Spaß! Wie immer starten wir mit der Sneak Peek der Woche. Vom Imperial Kurier haben wir eine Menge gesehen. Von ersten Zeichnungen und Konzeptskizzen bis hin zu den ersten 3D-Entwürfen am PC und nun schießt das Teil schon durch den Raum in all seiner Pracht. Es kann am Blickwinkel liegen oder ich habe vielleicht einen Knick in der Optik, aber ich glaube, da sind ein paar Meter verloren gegangen bei der Übertragung. Auf mich macht es den Eindruck, als wäre es ein wenig gestaucht und nicht so lang wie in den Konzeptzeichnungen zu Anfang. Versteht mich nicht falsch, sieht immer noch recht schick aus und letzten Endes ist das ja auch Geschmackssache, aber ich finde, da fehlt was. Wie auch immer, wir können jetzt, da wir mal so eine Aufnahme haben vom Cockpit und so weiter, wenn wir davon ausgehen, dass jeder Pilotensitz gleich groß ist, weil alle Piloten gleich groß sind, ja, dann können wir schon ein wenig mehr Rückschlüsse auf die letztendliche Größe von dem Teil ziehen. Ich würde sagen, das ist ein paar Meter länger als eine Cobra Mark III, dafür aber deutlich schmaler und von der Höhe her kommt es in etwa aufs Gleiche raus. Wollen wir hoffen, dass das preislich auch ähnlich liegt, dann hätten wir etwa 500.000 Credits zu erwarten. Als höchstes der Gefühle würde ich fast behaupten. Es sei denn, das Imperium braucht Ringenkohle. Warten wir mal ab, wie es tatsächlich aussieht. Beim Beta-Test sehen wir natürlich noch nicht den richtigen Preis, da ist alles noch auf 100 Credits beschränkt, aber dann eine Woche nach dem Beta-Test kommt es ja auf die Live-Server. Und da ist sie schon, die professionelle Überleitung zum Powerplay-Beta-Test. Bringen wir mal gleich am Anfang die schlechten Nachrichten weg, dann haben wir sie los. Der Start der Powerplay-Beta wurde nach hinten verschoben, um bis zu eine Woche. Das wurde in verschiedenen Quellen deutlich betont. Es muss nicht unbedingt eine Woche sein, maximal allerdings eine Woche nach hinten verschoben. Michael Brooks versichert uns, dass das Team unter Hochdruck daran arbeitet, das Zeug so schnell wie möglich bereit zu kriegen. Aber das Powerplay-Update ist so riesengroß mit so vielen Veränderungen und Neuerungen, dass es einfach ein bisschen eng wird vom Zeitplan. Und sind wir mal ehrlich, wir wollen kein total verbuggtes Teil auf dem Beta-Server haben. Dann spielt es keiner, dann probiert es keiner aus und dann ist die Beta-Phase auch für die Cuts. Also gebt den Leuten ein bisschen Zeit. Es ändert sich genug an dem neuen Patch. Und sobald die soweit sind, dass die sagen, ja, so können wir das auf die Öffentlichkeit loslassen. Es ist zwar noch nicht perfekt, aber das ist trotz allem noch ein Beta-Test. Wir können es trotz allem spielen. Sobald die sagen, sie sind soweit, kommt das. Spätestens eine Woche später als bisher veranschlagt. Damit wären wir beim 27. Mai. Und wie gesagt, eine Woche später dann auf dem Live-Server. Und die Überleitung flutschen heute. Wir kommen zu den Änderungen des Powerplay-Update. Denn da gibt es immer noch Neues zu berichten. Beim letzten Mal habe ich euch erzählt, es wird diskutiert oder es wird eingeführt. Eine Strafe führt zu schnelles Rammen vor Raumstationen im Nicht-Feuern-Bereich. Da gibt es jetzt auch schon wieder Änderungen. Es soll wohl so sein, solange der Schaden nur an den Schilden ist bei beiden Schiffen, wird erstmal nicht viel passieren. Effektiv ist das eine Stoßstange und naja, es kam halt niemand zu Schaden. Wenn das Schild zerstört wird und die Hülle beschädigt, dann soll es nur eine Strafzahlung geben. Und wenn das Schiff dabei zerstört wird, dann gibt es Kopfgeld. Die Frage allerdings, die noch zu klären bleibt, ist, für wen? Nehmen wir an, ich komme mit einem Larkon Typ 9 aus der Raumstation rausgeflogen. Mit moderater Geschwindigkeit. Sagen wir jetzt, da kommt eine Sidewine da rein getrudelt. Der Pilot hat es tierisch eilig, rammt mich mit höherer Geschwindigkeit, sagen wir einfach 200. Und ja, er platzt, weil er viel weniger Masse hat, er hat nicht so starke Schilde und so weiter. Kriege ich als Larkon Typ 9 Pilot dann das Kopfgeld, obwohl ich effektiv nichts dafür kann. Mein Schiff ist relativ langsam. Ich kann nicht wirklich ausweichen. Der ist viel schneller und wendiger. Er rammt mich und er geht dabei drauf. Finde ich ein bisschen unfair, ist noch nicht ganz klar, ob das auf diese Art funktioniert oder nicht. Sollte man aber vielleicht mal ausprobieren bei Gelegenheit und mal diskutieren. Ich glaube, ich suche mir da noch ein Opfer für den Beta-Server. Wenn wir im Universum andere Spieler sehen, dann gibt es effektiv vier Möglichkeiten. Entweder wir haben die einfach nur irgendwo auf den Sensoren und die sind gelistet in einer Tabelle und das Schiff selbst sehen wir überhaupt nicht. Oder wir sind auf der Flucht, weil die uns beschießen wie die Bekloppten. Dann sehen wir das Schiff auch nicht. Wir sehen nur ein farbenfrohes Feuerwerk und rennen um unser Leben. Die nächste Version ist, wir sehen die ganz deutlich, denn wir sind die, die für das Feuerwerk sorgen. Allerdings sehen wir die anderen Schiffe dann meist nur von hinten. Die vierte Möglichkeit, wir spielen im Wing mit anderen Spielern und manchmal trifft man sich irgendwo, wartet noch auf einen Nachzügler und dann hat man die Zeit, sich das Raumschiff des anderen und seine Lackierung mal ein bisschen genauer anzugucken. Was bei uns in der Gilde immer wieder passiert ist, dass man dann quasi Cockpitscheibe an Cockpitscheibe fliegt und sich mal das Cockpit des anderen aus einer anderen Perspektive ansieht und man stellt fest, die Pilotensitze sind leer. Wir witzeln dann immer, ja, bin gerade hinten im Laderaum und hol mir einen Kaffee oder sonst irgendwas. Aber das soll jetzt auch geändert werden. Das Spiel soll ein bisschen realistischer und optisch ansprechender werden. Wir werden mit dem Powerplayer-Update tatsächlich Piloten bekommen, die im Pilotensitz hocken. Ich weiß, wir selbst als Spieler sehen uns, wenn wir im Cockpit den Kopf bewegen und an uns runter gucken. Mal mehr realistisch, mal weniger. Probiert den Kopf nicht zu weit nach unten zu hängen, sonst seht ihr tatsächlich eure Schultern von oben. Naja, ist leider so. Aber wenn wir andere Raumschiffe mal in der Großaufnahme sehen, dann ist der Pilotensitz immer leer. Das soll jetzt auch geändert werden. Ob es dann auch noch männliche und weibliche Models gibt und wie das dann aussieht, vielleicht, was weiß ich, gibt es dann später auch noch nicht nur Lackierungen für Raumschiffe, sondern eben auch andere Charaktermodels. Spätestens mit einem Add-on, wenn man Raumschiffe begehen kann, Enter-Manöver macht und Raumstationen besuchen kann, sprich das Innere der ganzen Geschichte wichtiger wird. Dann, denke ich, wird ein Charakter-Editor nötig sein und ja, dann wird viel mehr Datenübertragung vom Server notwendig sein, um jedes Mal zu sagen, wie sieht denn der Gegenüber aus, was ist in der Umgebung alles los und so weiter und so fort. Aber der erste Schritt wird gemacht. Das Raumschiff wird etwas hübscher werden, vorausgesetzt man nimmt sich die Zeit, das Ganze auch mal anzugucken und nicht nur Leute auseinander zu ballern. Wenn wir schon von Raumschiffen sprechen, die sich gegenseitig verfolgen und beschießen, dann können wir auch über die nächste Veränderung durch das Powerplay-Update sprechen. Die Geschütztürme werden überarbeitet. Geschütztürme sind recht beliebt bei großen Kampfschiffen, die nicht so manövrierfähig sind, wie sie es gerne wären, und bei Händlern, die auf der Flucht vor Angreifern wenigstens so tun wollen, als würden sie sich wehren. Geschütztürme haben bisher drei Einstellungsmöglichkeiten. Die werden über das rechte Kontrollmenü gesteuert. Bei Funktionen hat man dann eine Auflistung auch für Geschütztürme. Die stellt man entweder auf Vorwärtsfeuer, das heißt, dann verhalten sie sich im Prinzip wie festmontierte Waffen oder Gimbold-Waffen, vor allem in den eigenen Sichtbereich hinein, oder man stellt sie auf Target-Only. Okay, das bedeutet, nur das Schiff, das man gerade im Ziel hat, das wird von den Türmen beschossen, und zwar soweit der Sichtbereich des Turms reicht. Je nachdem, wo der am Schiff angebracht ist, ist der größer oder kleiner, ist einfach abhängig davon, welches Schiff ich fliege und an welchem Waffenport ich das dann anbringe. Die dritte Möglichkeit bisher ist Fire at Will. Das bedeutet, wir sagen dem Turm, schieß auf irgendwas, mir egal was, nur tu was. Und da liegt das Problem, der Turm, wenn nichts anderes in Sicht, der schießt auch auf mal auf Verbündete oder auf, was weiß ich, Gesetzeshüter und so weiter und so fort, sorgt für ein paar lustige Strafen und Ereignisse, und das soll sich demnächst ändern. Bei den grundsätzlichen Einstellungen für den Turm wird sich wenig ändern. Wir können ihm immer noch sagen, verhalte dich wie eine ganz normale Waffe, guck nach vorn und schieß, wenn ich dir sage. Okay, die Einstellung ist ganz einfach. Wenn wir dem Turm sagen, schieß auf was immer du möchtest, ändert sich auch nicht besonders viel. Nur hat der Turm eine Freund-Feind-Erkennung erhalten. Er wird immer noch alleine zielen und alleine feuern, allerdings nur noch auf Ziele, die wir wirklich beschießen wollen. Wir werden keine Sicherheitskräfte mehr angreifen wollen, es sei denn, wir haben sie vorher schon mal angegriffen. Wir werden keine Verbündeten mehr angreifen und ja, keine illegalen Ziele mehr. Das heißt, nehmen wir an, wir verteidigen gerade einen anderen Händler in einem Zufallsevent, dann werden die Türme auch nicht auf den feuern. Der Turm prüft ganz einfach nur, ist das Ziel legal? Wenn ja, wird geschossen, wenn nicht, nicht. Oder haben wir das Ziel schon mit einer anderen Waffe getroffen, sind also im Kampf mit diesem. Wenn das auch der Fall ist, dann feuert der Turm, wenn nicht, nicht. Ganz einfache Freund-Feind-Erkennung. Knifflig wird es beim dritten Modus. Der Turm soll nur auf die Dinge zielen, die wir ausgewählt haben. Genau das wird er tun. Er zielt. Er wird nicht von alleine feuern. Das müsst ihr dann selbst tun. Das heißt, die Türme müssen in einer aktiven Feuergruppe sein. Ganz egal, ob das Primärfeuer oder Sekundärfeuer ist, aber ihr müsst die fest binden und aktiv haben, sonst machen die gar nichts und ihr müsst selbst den Abzug ziehen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wir können Kämpfe jetzt auch mit den Türmen eröffnen, indem wir einfach sagen, du zielst auf das, was ich im Visier habe und dann ziehe ich selbst am Abzug und der Turm feuert. Der übernimmt nur das Zielen für mich. Und zwar rundherum. Besser als eine Gimbold-Waffe, die nur so im vorderen Sichtbereich arbeitet, arbeiten Türme eben auch nach hinten, oben, unten, Seite, je nachdem, wo sie angebracht sind. Der Nachteil bei der Geschichte ist eben die Übersichtlichkeit. Wenn das Ziel über mir ist, wann weiß ich, dass meine Türme den anvisiert haben? Bekomme ich da eine akustische Rückmeldung? Hält der Bordcomputer jemals die Klappe? Wird das ein Pfeifton? Sind die Türme vielleicht farblich markiert? Oder bekommen irgendein Symbol, das ich im Auge behalten muss? Ja, wir haben das Ziel im Visier. Oder muss ich auf gut Glück abdrücken, während die Türme sich vielleicht noch ausrichten? Dann kann ich unterwegs vielleicht schon vier oder fünf Schüsse abgegeben haben, die irgendwen treffen, was weiß ich, wo der Turm gerade hinzieht, während er auf dem Weg zu dem Bösewicht ist. Ist noch ein bisschen schwammig. Werden wir sehen müssen, wie sich das dann entwickelt und wie das aussieht. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass die Türme überarbeitet werden. Zum Abschluss noch zwei kurze Randbemerkungen aus dem Dev-Update von Michael Brooks. Zum einen wurde an Elite eine ganze Menge rumoptimiert, um das Ganze für Macintosh-Benutzer zugänglich zu machen. Das wiederum kommt jetzt auch den PC-Nutzern zugute, denn ab dem Powerplay-Update sind diese Optimierungen hinzugefügt und auch leistungsschwächere PC-Benutzer sollten da ein flüssigeres Spielerlebnis haben und dadurch mehr Spielspaß. Also gute Nachrichten für alle von uns, die das Ganze auf Toastern oder Gameballs spielen. Wunderbar. Das zweite wäre, Fronte sucht derzeit noch Hilfe aus der Community, um das Spiel auch in anderen Sprachen verfügbar zu machen. Englisch ist natürlich die Muttersprache für Elite. Dann ist es verfügbar auf Deutsch, Französisch und ich glaube Russisch. Oder ist das noch in der Wache? Irgendwas? Jedenfalls soll jetzt auch noch Spanisch hinzukommen und ich glaube Italienisch, habe ich im Forum auch schon gelesen, wäre in der Überlegung. Wenn ihr also Muttersprache aus der Gegend seid, willkommen auch bei den deutschen News und natürlich schaut einfach mal im Forum ins Dev-Update, der letzte Link vom ersten Post von Michael Brooks. Da könnt ihr euch melden, wenn ihr Fronte da ein bisschen helfen wollt. Ansonsten war es das für diese Woche mit den News. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder oder im Let's Play oder online. Wie ihr wollt. Bis dahin macht es gut, haltet die Hohen steif. Ciao Freunde. Bis dahin macht es gut. Bis dahin macht es gut. Bis dahin macht es gut. Untertitelung des ZDF, 2020